Zum 15. Mal fand das internationale CTI-Symposium im Jahr 2016 statt und wieder wurde Berlin für einige Tage zum Treffpunkt für Automobilexperten aus der ganzen Welt. Mehr als 100 Top-Referenten, mehr als 130 Aussteller und über 1300 Teilnehmer. Das CTI-Symposium ist die weltweit größte Veranstaltung dieser Art. Ich erkläre hiermit das 15. internationale CTI-Jubiläum-Symposium als eröffnet. Während die Automobilindustrie und ihre Zulieferer in der Vergangenheit nur zögerlich an einem Masterplan für die E-Mobilität arbeiteten und die Frage unbeantwortet blieb, ob und wann der Verbrennungsmotor ersetzt werden kann, wird das diesjährige CTI-Symposium bereits als Wendepunkt bezeichnet. In nahezu jedem Vortrag stand die Elektrifizierung des Antriebsstrands im Mittelpunkt. Kein Zweifel, die Antriebsbranche ist auf dem Weg zur Elektromobilität. Die größte Veränderung, die wir jetzt im Moment in unserer Szene erleben im Antriebsbereich, ist tatsächlich die Diskussion rund um die Elektrifizierung. Es ist immer wahnsinnig schwer, Zukunft vorherzusagen. Da gab es mal einen Kaiser Wilhelm, der wollte aufs Pferd setzen. Heute setzen wir auf die Elektromobilität und das ist sicher vernünftig. Aber wir müssen aufpassen, der Weg dahin ist ein sehr komplexer. Wir müssen beide Wege gehen, die rein elektrische und die kombinierte Welt, Verbrennungsmotor plus Elektrifizierung, die in verschiedenen Stufen stattfinden wird. Und auch auf der Bühne gab es kein anderes Thema. Wie und in welchem Maße wird die E-Mobilität die Automobilindustrie und ihre Player beeinflussen? Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer dieses weltweiten Trends? Bei diesem Kongress kamen auch Kritiker zu Wort. Denn längst nicht jeder glaubt daran, dass die Elektromobilität das Ende des konventionellen Antriebs bedeuten muss. Wofür entwickeln alle Firmen heute diese Unzahl von Elektroautos? Und ich frage mich, wo die Kunden herkommen sollen, weil ich nicht verstehe, dass ein Kunde etwas kauft, was schlechter ist als das, was er hat. Und solange das Elektroauto nicht ein, zwei gravierende Vorteile hat gegenüber dem Auto, das er heute hat, dann kauft er es nicht. Ich bin tatsächlich der Überzeugung, Elektromobilität macht Spaß. Man braucht keine Ökokonserven zu verkaufen. Die Leute wollen nicht ein Auto kaufen, das sie dann letztendlich vollständig bezahlen, nur um damit wiederum zu sparen. Sondern ich bin grundsätzlich der Meinung, Spaß gehört zum Leben dazu. Und wenn wir den Spaß auch noch mit der Nachhaltigkeit verbinden können, ja was Besseres gibt es doch nicht. Da muss man jetzt natürlich auch mit den OEMs zusammenschauen. Gibt es da vielleicht irgendwann dann doch noch ein, zwei Gänge, die geschaltet werden müssen bei der Elektromobilität oder nicht? Es wird jetzt sehr, sehr viel geforscht auf der Elektromobilität. Aber welcher Standard setzt sich dann irgendwann mal durch? In parallelen Vortragsreihen stellten mehr als 100 prominente Redner ihre Thesen und Technologien zum Antrieb der Zukunft vor. Und es wurde darüber diskutiert, wie Autohersteller, Zulieferer und Wissenschaftler damit umgehen. Die Botschaft ist eindeutig. Die elektrische Zukunft bedarf noch einiger Vorbereitungen, um die Chancen zu nutzen. Man kann nicht nur alleine in den Getriebe anschauen oder den Motor schauen, an Einzelkomponenten wie früher. Man muss wirklich das ganze Fahrzeug anschauen. Ich sehe momentan, dass man zusätzliche Funktionen anpackt, ohne sich zu fragen, was kann man dann wegnehmen und das besser kombinieren. Und da gibt es viel Arbeit. Man hat schon das Bewusstsein erlangt, dass es ja durch die Hybridisierung nicht ganz an der Combustion Engine vorbeigeht. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, 2030, 25 Prozent, 30 Prozent, man sieht, da ist noch sehr viel Combustion Engine dabei. Die wird natürlich einfacher, die wird kleiner. Und ich glaube auch von der Antriebsleistung reduziert werden und dafür immer mehr elektrische Leistung installiert werden. Der CTI Young Drive Experts Award zählt seit einigen Jahren zu den Highlights der Veranstaltung. Junge Nachwuchsingenieure präsentieren sich vor dem hochrangigen Fachpublikum aus aller Welt, das den Besten unter ihnen kürt. Der diesjährige Gewinner hat eine klare Vorstellung davon, wie Industrie und Wissenschaft voneinander profitieren. Arbeit, die in der Forschung gelingt, also die in der Forschung entsteht, muss den Sprung schaffen in die Entwicklung bei den Herstellern. Und dafür sind solche Konferenzen hier prädestiniert, dass man einfach interessante Themen aus der Forschung kommunizieren kann in die Industrie. 135 Aussteller verwandelten die begleitende Transmission Expo in die weltweit größte Fachmesse für Antriebsstrangtechnologie. Und in diesem Jahr war die Ausstellung umfangreicher denn je. Die Getriebehersteller werden sich ändern müssen, sie werden sich wandeln müssen. Es wird nicht mehr das Getriebe, wenn die Elektromobilität wirklich so durchsetzt, sein, wie wir es heute kennen. Entscheidend wird sein, in welchem Zeitraum sich das umsetzt und durchsetzen lässt. Wir werden auch die Voraussetzungen schaffen müssen, insbesondere für die Ladeinfrastruktur und für die Verteilung und die Energieversorgung für diese Fahrzeuge. Es ist in der Tat so, dass wir in den ersten Symposien das Getriebe alleine betrachtet hatten und seit rund zehn Jahren aber die Elektrifizierung in das Getriebe integriert haben, was ja die Hybridantriebe erforderlich gemacht haben, aber auch die Elektroantriebe, die inzwischen ja auch schon da sind. Tendenz natürlich immer mehr Anteil der elektrifizierten Getriebe, Tendenz immer mehr Vorträge zu dem elektrifizierten Umfang der Getriebe. Insofern kommt es doch sehr gut an, weil das ja genau der Tatsache entspricht, dass dort die E-Mobilität sehr stark forciert wird. Wir haben natürlich auch die beiden Themenkreise der Vernetzung der Automobile und das automatisierte Fahren. Diese machen enorme Fortschritte und deshalb werden wir auch gerade diese beiden Themenkreise auch anlässlich unseres nächsten Symposiums etwas näher betrachten, intensiver in das Symposium integrieren. Insofern gibt es eine nochmalige Bereicherung durch diese Thematik. Das nächste internationale CTI-Symposium in Berlin wird im Dezember 2017 stattfinden. Melden Sie sich rechtzeitig an.